Einfach mal hier wieder hoch Das hier, das müssen wir auch noch machen Vanilla Dinger Block of Coal Larpis Iron Iron Block können wir machen Ja, Redstone Block können wir auch machen Redstone haben wir schon Okay Das Ding haben wir schon, den Coal Block Wollen wir in irgendein Coal drin? Auch da irgendwo Habts schon Larpis können wir auch machen Dann haben wir die Dinger nämlich schon mal What the fuck? Ich bin glaub ich mitten im Spinnnest wieder Ja Passiert, ne? Wo ist denn der scheiß Spawner? Mitten im Spinnnest wieder? Geht auch gar nicht Klar Nein Warum nicht? Weil Star nicht drin ist In dem Bio Klar Halt's Maul Brauchen wir Dias eigentlich auch, ne? Ich hab noch bis jetzt keine Dias gefunden Oder sind paar Dias da Aber da sind nicht viele Wir haben nur drei Stück Ja Das sind ja nicht Vielleicht nicht für'n Block Hä, was ist das für'ne Spinne? Die Spinne hat nen Namen Okay Genau wie wir nicht genug Ääh Ääh Baby Spinne Desert Spinne Das Ding auch schon mal beenden Und ich glaub darunter kommt noch was dann Ja Mutterspinne Spider Was ist denn die Spinne mit dem Namen? Was ist denn die Spinne mit dem Namen? Oh, ich muss mal unbedingt Läden bringen Oh, aber wie viel Holz schon wieder Was sagt die denn? Oh, das Ding ist voll gut Ups Ups Ääh Okay, open the Hey, irgendwas stand doch da Ach Open the chest Ach Lauer nicht Doch, open the chest Zwölf, sechs coins Wir brauchen dieses Pavilion auch noch Loot Ähm, ja Boah, dieses Gesuche geht mir grad so auf'n Sack, ne? Oh, ich hab'n Brot bekommen Und ich hab'ne Kartoffel Bist ne Kartoffel Ich hab'ne Kartoffel, die wir anpflanzen können Bist ne Kartoffel Jaaaa, wie geil Ne deutsche Kartoffel bist du Oh, nein Mach' mich doch nicht immer Bist kein Deutscher? Doch, ich bin rei-deutsch Achso, tu mir leid Ich lass' mir irgendwas wieder rauskutschen Ich weiß noch nicht was Meine Ahnung Ich hab' nichts gehört Ne, du auch nicht, ne? Ich hab' einfach nur so gelacht Dudasche, dudasche Warte, hier hörst du Hier muss es doch noch mehr geben, Jungs Das könnt ihr mir nicht mal irgendwie sagen Wo ich vielleicht hin kann oder so Spinnen? Verratet mir mal so'n Geheimnis Mir scheint der Zweifel grad so'n bisschen zu lecken Ähm... Keine Ahnung Der leckt grad bestimmt an Eis Ähm... WTF sakes Ist hier noch ne Kiste? Geht doch einfach mal weg Ich will doch einfach nur looten, wo ist euer scheiß Problem? Danke Creeper Niemand gönnt mir, dass ich überall looten darf Niemand gönnt mir, dass ich überall looten darf Looten, die Puten Hi Skelett, hi Spinne Puten von Panem Der schlechteste Film Der schlechteste Film Die Puten von Panem Die Puten von Panem Alles glätt Die Puten von Panem Okay, da war ich Da war ich Okay, tschüss Tschüss, ich geh wieder Ihr seid zu viele Tschüss Hab kein Kopfreich War ich nicht Ja sicher, was du das Du behindert bist Nee Bin ich behindert Bin ich behindert Ich bin nicht behindert Nee Bist du nur nicht, ne? Nur geistig besonders Weißt du das? Geistig besonders? Ja Ja, genau Geistig besonders Du bist richtig besonders Du bist besonders behindert Ja Aber jeder mag mich doch Nö Sicher Hau ab Enderman Mensch Du hast keine Freunde Nerv mich nicht Ja Schrei mir nur rum Schrei mir ruhig Wetter ins Ohr Ja Hi Du hast hässliche Gefratze Du hast hässliche Gefratze Du hast hässliche Gefratze Ihr habt alle hässliche Gefratzen Ihr habt alle hässliche Gefratzen Jetzt lass mich da durch Ich will mir doch nur einen Ausblick gönnen hier Mensch Dankeschön Gibt's ein Stück bauen wir noch Guck mal, es haltet ihr meine Fackel bei euch da drinne So Das habe ich gelootet Okay, tschüss Ähm Start Start Hups, falsch Das wird so anklicken Geht auch So Ähm Ja 35 Dann komm ich erstmal zurück mit 12 Stacks Und 20 Level ne Mhm Oder Geh ich noch weiter looten? Nö Das Wasser hat jetzt 1% Warum Warum? Welche Quest haben wir schon wieder mit Wasser? Immer noch die andere mit diesem Fass da Ja Ach nö, nicht ernsthaft oder? Haben wir überhaupt so ein Fass? Nein Nein Das ist nur wie viel da rein geht Weißt du doch Das läuft doch schon länger du Affe Wo ist die denn? Auch bei den Side? Ja Sidequest Open Sidequest Open Alter Boah, ich glaube das muss man mal laufen lassen Läuft doch schon bei der letzten Aufnahme Boah, du bist so verpeilt ne? Ja, aber da ist der Server doch nicht angewiesen Ich weiß Ich glaub hätten wir den an Klopfte erstmal die Bäume ab Und ich sammle die ganze Scheiße ein Ich will gar Hau ab Ich weiß nicht, ob das dann fertig geworden wäre Ne, ich glaub auch nicht Kümmer, ich hab was schönes für dich Kümmer, ja Kümmer hier 12,6 Aha Du bist ja der Geldmeister, du bist gierig nach Geld Und YouTube Money? Ähm The Money Quest Wollte man nicht ne Money Quest machen? Ja, ne? Ja Würde ich Würde ich sagen 2 Billions 2 Billions Oder wir machen die Zeitquest davon Das kannst du jetzt entscheiden Dafür brauchen wir 1 Billion Dafür brauchen wir 1 Billion Du bist wieder witzig Du bist wieder witzig Du bist richtig witzig wieder Ich weiß, ach guck mal Billion Kohle Kohle Ah ne Kohle kommt hier nicht Ja Ähm Die Zeitquest Penny Collection Fertig Ähm Sidequest Penny Collection 4 Goodbags Yo, jetzt hab ich 8 2 Creator Bags 2 Creator Bags Alter und 1 Billion Und 5 Bags Wtf Wtf Wie viele Dinger Harden Flux Capicator 2 Stück Nice 400k Ähm Wo hab ich denn die Sachen von den Tieren hin getan? Guck mal, meine Rüstung Warte Ich hab sie in die Brustplatte bekommen Okay Ja, warte mal Jetzt mach ich hier Ein Bean Hive Oh, Lateran Schon wieder ein Hive Ah man, ich hab Cookies bekommen Gunpowder Polo Re Glas Manuel Sub Und die ist auch fertig Mein Gott Äh Was gab's denn da für ein Bag? Ein Apic Bag? Wow White Flash Portion auf Lightspeed Wo ist die denn? Pay Pay to win Ach Steige Wtf Gucken was in den Cookdecks drin ist Ja, die hab ich noch nicht Pink Pink Gold, oa? Wow Ein Modus Hive Ja, die heißt in die Mittele Kiste Wo ich grad vorstehe Schon reingeworfen Farbiges Clay Ja Sechs verschiedene Farben Ne, jeweils 30 Stück Ja, pack in die dritte Kiste von links Ja, pack in die dritte Kiste von links Da müsste Clay schon drin sein Hihihi Guck mal meine Art Hihihi Oh nein Schmeiß das bloß weg Aber nicht hier irgendwo hin Hihihi Boah, schmeiß das weg das Ding Hihihi Bist behindert Gunpowder Boah, wie viele Strings wir haben Wtf Ich geh doch mal an du scheiß Ding Ich hab 40 Cookie Dinger Dinger Iron Furnace Iris Quasher Block of Diamond Notch Das hatte ich doch irgendwo schon mal gehabt Da Wo hast du's hingetan? Hallo, hier hinten Das Ding dreht sich grad nur im Kreis Achso, jetzt Ah, toll Jetzt hebt das auch noch hier Blöcke an Ist ja auch nicht so schlimm hier drinnen Ist es auch nicht, deswegen mach ich das ja auch grad Da schwinden die Blöcke an der Decke? Weiß das nicht Ich glaub die gehen durch die Decke durch Wtf Kannst du mal bitte explodieren? Irgendwie braucht das ganz schön lange grad Hallo Mini Hi Hallo Mini Centos Hallo